Herzlich willkommen zur Hamburg Open Online University Musikalischer Dialog. Wissenswertes für Komponisten und für Musiker. Es ist relativ wichtig, dass man sich mit Instrumenten gut auskennt, aber auch mit verschiedenen Musikstilrichtungen. Und es gab Zeiten, in denen tatsächlich Komponisten, die innovativ sein wollten, meinten es sei schon alles geschrieben und alles getan, was es gibt. Ich denke, das ist deswegen, weil sie nicht geguckt haben, was links und rechts zeitgleich auf der ganzen Welt passiert ist. Und wir haben heute die Möglichkeit, einer besonderen Musikrichtung uns zu widmen, die tatsächlich sogar älter ist als der Jazz, wo es aber auch viele Elemente wie im Jazz gibt, Improvisation und auch Beeinflussung durch die europäische klassische Tradition. Und zwar geht es um Choro. Und wir haben bei uns die Gruppe Deus Por Quattro aus Sao Paulo. Herzlich willkommen. Es ist eine lange Geschichte und die wollen wir einmal kurz abreißen, damit wir wissen, worum es geht überhaupt bei Show. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020